Wir erfahren heute etwas aus dem Leben eines Träumers, was es mit Wunderkröten auf sich hat und was Bochum und Detroit eigentlich gemeinsam haben. Weiter sehen wir das Licht, aus dem die Träume sind, besuchen eine schrecklich verwöhnte Familie, tauchen ein in das Leben von Nico und begleiten Elle auf seinem Weg, ein Sneaker-Designer zu werden. Außerdem in dieser Folge Vampire, Mike Myers und Banküberfälle. Jetzt beim Tele-Stammtisch. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Ja, hallo und herzlich willkommen zu der dieswöchigen Schotzausgabe des Tele-Stammtischs. Mein Name ist Kathi und mit mir als meine Co-Mitstreiterin ist heute dabei die liebe Theresia. Hi! Hi, servus! Und wir haben heute einen Haufen Kino- und auch Heimkinostarts für euch. Und weil die Theresia und ich zwar viel schauen können, aber auch nicht alles schauen können, haben wir als unseren einzigen Gast heute einen Kollegen dabei, der so ziemlich alles schaut, was ihm nur irgendwie vor die Augen läuft. Und ich höre es auch schon im Backstage-Bereich da ein bisschen scheppern. Ich glaube, er ist auf dem Weg nach vor. Hi, Paul! Hallo! Gerade noch geschafft, hallo! Ja, sehr gut, sehr gut. Ich weiß, es ist ein weiter Weg von dort hinten nach vor. Ja. Du bist ein vielbeschäftigter Mann, ja. Genau. Und du, Paul, hast auch diese Woche wieder einiges an Firmen geschaut. So auch Heinrich Vogeler aus dem Leben eines Träumers. Und magst du uns das mal erzählen, was da geht? Ja, Heinrich Vogeler aus dem Leben eines Träumers ist, Überraschung, eine Dokumentation über Heinrich Vogeler, einen deutschen vielseitig begabten Künstler und auch irgendwie Politiker, wenn man es so nennen kann. Denn der hat nämlich dieses Jahr 150. Geburtsjahr, beziehungsweise ich glaube auch 80. Sterbejahr. Und eben zu diesem Anlass gibt es nicht nur sämtliche Ausstellungen und Retrospektiven zu diesem Mann, sondern Marie Noelle, die zuletzt auch, ich glaube zu Marie Curie hatte sie eine Dokumentation oder einen Spielfilm. Aber war das diese Radioaktivere, wie der hieß? Ist das so? Nee, Marie Curie noch was. Aber der ist auch noch gar nicht so alt. Und ich glaube über Albrecht Dürer hat sie auch schon einen Film gemacht und sie widmet sich eben nun dem Bremer Künstler. Und diese Dokumentation, die kombiniert quasi Spielszenen, die so Gespräche und so weiter aus seinem Leben nachstellen mit Interviewsequenzen von ExpertInnen. Wir haben hier Museumsleitende, wir haben eine Psychoanalytikerin, Kunstschaffende, also Theaterwissenschaftler, Maler oder auch Nachfahren des Künstlers und das alles dann auch noch zusammen mit vielleicht der ein oder anderen experimentellen Aufnahme. Und ja, eben daraus ergibt sich dann dieser anderthalbstündige Film, der vor allem das künstlerische Schaffen, beziehungsweise dann eben vor allen Dingen nach dem Ersten Weltkrieg auch noch sein Wirken über die Kunst hinaus porträtiert. Und jetzt Kindheit und Jugend blendet der komplett aus. Genau. Ja, was kann man noch dazu sagen? Dieser Film, der kümmert sich eben vor allen Dingen darauf und ist mit dem, was er zeigt, eigentlich eine gewöhnliche biografische Dokumentation. Also der verbringt auch ein bisschen mehr Zeit, hatte ich den Eindruck, zum Beispiel mit seinen Romanzen, beziehungsweise mit seinen Beziehungen und jetzt weniger damit, so zum Beispiel Bilder oder Werke zu analysieren, was ich persönlich spannender gefunden hätte. Weil ich finde gerade seine Komplexbilder, die er in seinen späteren Künstlerinnenjahren geschaffen hat, die finde ich sehr, sehr interessant und die sehen auch sehr gut aus. Aber es sticht aus dieser Dokumentation nichts groß heraus, sage ich mal. Es ist alles routiniert abgefilmt, die Spielszenen, die sind auch eher dazu da, um irgendwelche Gespräche eben nochmal irgendwie aufleben zu lassen. Jetzt nicht, um groß den Figuren-Einblick zu bekommen, weil das erhält man nicht, beziehungsweise eher so das richtige Gespür oder diesen richtigen Sinn für die Figuren, die entwickelt man dann nicht so sehr. Es wirkt manchmal so wie so ein lebendiger Museumsbesuch. Also man geht durchs Museum, dort sind ganz viele ExpertInnen und die erzählen was dazu und dann geht's weiter. Und das Einzige, was vielleicht so ein bisschen aus diesem Rahmen herausstecht, das sind hin und wieder zum Beispiel, ja was fast schon albtraumhafte Sequenzen, die dann zum Beispiel Voglers Frau Martha mal betreffen, wo mit einer schönen, ich glaube es ist eine Lichtinstallation oder so, gearbeitet wird. Da ist, das ist mal so ein Moment oder da gibt's auch mal den ein oder andere, noch andere kreativere Einfälle, wenn da riesige, lebensgroße Bilder von den Figuren da mit den Schauspielenden zusammen in Verbindung gebracht werden. Das sind so Einfälle da, davon hätte ich gerne mehr gesehen. Letztendlich bleibt es eben eine Dokumentation, die zu diesem Jahr definitiv passt, weil sie eben etwas über diesen Künstler verrät und wer mit diesem Mann noch nie was, noch nichts anfangen konnte, für den ist das vielleicht einen Blick wert, wenn man genau vielleicht auf solche Dokumentationen dann auch steht. So, es gibt auf jeden Fall sehr viele so Ansatzpunkte und Appetizer da, an denen man sich dann aufhängen kann und in denen man dann vielleicht selber noch in der eigenen Recherche da ein bisschen tiefer noch nachgraben kann. Das mit diesen Bildern, mit diesen Figuren, das klingt absolut nach Sachen, die dich in deinen Albträumen dann verfolgen. Das klingt einfach gruselig. Ja, also, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen spektakulär, wenn ich das jetzt so sage. Also, im Grunde wird's halt immer, hat man ein lebensgroßes Bild dann von dieser Figur. Das ist jetzt, wie als hättest du ein großes Plakat gemacht. Das finde ich trotzdem, also, ich finde die Erzählung davon schon gruselig. Wenn man sich da vorstellt, dass da so ein lebensgroßes Bild neben mir steht, ich glaube, da wird's immer auch anders. Ich bin gespannt, weil mir sagt der Künstler, also, ich gebe's zu, mir sagte der Künstler, bis ich jetzt hier den Namen gelesen habe, eigentlich gar nichts. Von daher, mal schauen, wenn ich den irgendwo mal entdecke, vielleicht werfe ich auch einen Blick in die Dokumentation rein, weil, wie gesagt, ich wusste jetzt von ihm bis dato noch nichts. Er ist auch definitiv, also, sein Schaffen und sein Wirken ist auch definitiv sehr interessant und faszinierend und auch, wie gesagt, sehr vielseitig, weil er eben in vielen künstlerischen Epochen und so weiter tätig war. Aber die Dokumentation, die, ja, die bringt das so halt so in Ansätzen rüber oder, ich hatte aber nicht, da gibt's bestimmt noch so viel mehr zu erzählen und ich bekomme immer nur so, wäre immer so angeregt, aber so richtig, richtig aufschlussreich oder richtig faszinierend wird jetzt allein die Dokumentation von ihrer Machart halt nicht. Also, eher alles oberflächlich. Ja, ja, also, ja. Ja, man versucht das schon so aus so vielen Perspektiven wie möglich, also eben auch aus verschiedenen Fachrichtungen zu betrachten. Aus der Hinsicht war es schon sehr facettenreich, aber dann halt in diesen einzelnen Disziplinen kann man sicherlich noch, und ich weiß auch, dass das eine 90-minütige Dokumentation nicht hinbekommt, einfach, weil es eben nur 90 Minuten sind, da hätte man sicherlich noch tiefer einsteigen. Und das kann man ja vielleicht dann in dem Museum zum Beispiel oder bei anderen Retrospektiven dann tun. Ich würde gerade sagen, man kann sich da ja den Ersteindruck holen oder so ein bisschen vorinformieren und dann vielleicht eben in die entsprechenden Museen oder Ausstellungen gehen, weil wenn es eben jetzt der 150. Geburtstag ist, denke ich, wird's ja da, hab ich irgendwo gelesen, irgendwo gibt's ja auch eine Ausstellung, also von daher, das in Kombination ist bestimmt mal eine nette Geschichte. Genau, dafür, das macht der Film auch gut. Also er hat mich zumindest angeregt, da auch mal mich durch die verschiedensten Internetseiten und auch durch die verschiedensten Arbeiten mal zu klicken. Gut, dann würde ich jetzt schon mal sagen, gehen wir zu dem zweiten Film, den haben wir beide gesehen, Paul. Ja. Nämlich den Film Nico. Nico. Genau, der kommt auch ab dem 12. Mai bei uns in die Kinos, da geht's um eine junge Frau namens Nico, die ist auch so Altenpflegerin, also die fährt quasi zu den Pflegebedürftigen, zu den älteren Menschen eben hin und kümmert sich um die und macht halt so, dass die Medikamente bekommen. Und die ist ein sehr lebenslustiger, sehr freundlicher Mensch, die hat auch keine Berührungsängste eben mit den Leuten, um die sie sich kümmert. Und die wird eines Tages Opfer von, ja wie soll ich sagen, ja sie wird halt gemobbt, verprügelt aufs Schärfste und muss eben dann im Nachgang nicht nur mit ihren Blessuren versuchen zu heilen, sondern eben auch mit den seelischen Narben, die dieser Überfall eben hinterlassen hat. Und eine Methode, wie sie das macht, ist eben, sie lernt Karate. Aber es ist alles nicht so einfach, wie es klingt. Paul, wie war dein Eindruck? Ich meine, der Film geht ja wirklich nicht lang, das sind ja nur so 70 Minuten. Ich habe auch gelesen, die Regie und die Schauspieler und so weiter, das ist alles so ein Abschlussfilm vom Studium. Und ich fand die Idee dahinter eigentlich relativ stark, weil das wirklich ein Thema ist, das ja irgendwie jedem passieren kann. Weil die Nico wird ja quasi aus dem Nichts angerempelt und dann eskaliert diese Situation so. Also was wir ja vielleicht noch erwähnen müssen, sie selbst ist Deutsch-Perserin. Und dieser Akt ist ja ganz klar ein Akt von rassistischer Gewalt. Und ja, dieser Film beschäftigt sich, ich finde gar nicht, dass er vielleicht so eine klare stringente Handlung hat, sondern er beschäftigt sich dann halt wirklich mit den Nachwehen oder mit den Folgen dieses Aktes, der wirklich sehr intensiv, wie ich fand, in Szene gesetzt ist. Auch dadurch, dass er davon absieht, eben so wirklich die Angreifer zu porträtieren. Eine Frau sieht man mal so, aber eigentlich hält die Kamera die ganze Zeit sehr unangenehm wirklich auf Nico drauf und lässt den Zuschauer da wirklich sehr, also sehr heftig miterleben, was dieser jungen Frau dort passiert. Und dass trotzdem, dass sie ja schon eine Statur hat, die ja eigentlich auch schon sehr, wo man meinen könnte, also dass sie, ja, sie auch schon irgendwie einschüchtern wirken könnte oder so. Aber, also ich fand es sehr authentisch und wirklich sehr schockierend gespielt, vor allen Dingen diese Angriffsszene. Ja, die fand ich krass, ja. Und sie lernen ja dann eben Taekwondo und, äh, nee, Karate. Und ich muss auch sagen, also manche Szenen von diesem Karate-Trainer fand ich auch extrem, weil der hat sich ja einmal sehr angeschrien, aber eigentlich hat er es ja immer nur gut gemeint. Aber ich fand es auch immer sehr unangenehm, wie der immer seine Schüler behandelt hat. Ja, ich finde das sowieso, das stimme ich dir zu. Das ist auch, also außerdem, also davon kamen dann halt auch eher dann so, so die, die Kalendersprüche, sag ich mal. Das war jetzt, also das war dann weniger eine tiefenpsychologische Betrachtung und Beratung, sondern mehr, äh, also so wirklich solche Sprüche eben, die vielleicht auch helfen können, die ich jetzt aber auch nicht so für mich wirklich so als hilfreich verbucht hätte. Aber der jungen Frau zumindest, sie findet ja dann in was. Und sie findet ja auch was, das ist ja auch das Schöne, dass es dann eben nicht nur sich die ganze Zeit auf diesen Kampfsport oder so, auf diesen Verteidigungskurs da konzentriert, sondern ja durchaus auch noch so ein paar andere Komponenten, unter anderem auch eine sehr schön gespielte Freundschaft, die ich schon am Anfang auch sehr authentisch fand, dass es da noch mehrere so Stützpunkte gibt. Im Nachhinein vielleicht sogar ein kleines bisschen zu kurz, weil da geht wirklich nur 70, also minus Abspann wirklich nur so 70 Minuten. Da hätte man bestimmt auch noch andere Facetten finden können, aber ich finde ihn auch für seine Laufzeit, finde ich ihn eigentlich auch gut. Also er ist kurzweilig, wenn man so möchte. Genau, genau. Und man hat halt wirklich den Blick auf sie gerichtet und quasi die Nachwehen, was eben dieses Ereignis halt in ihr auslöst. Man sieht halt, dass sie dann immer mehr so gereizt und genervt ist irgendwie von allen, um so ihre Ausgelassenheit verloren hat. Und man hofft halt einfach, dass sie wieder dahin zurückfindet. Und genau, also was halt völlig fehlt, ist halt wirklich so diese andere Seite, dass halt da, also du hast jetzt hier nicht irgendwie erwähnt, dass eine Polizei ermittelt, wie die Ergebnisse sind, was mit den Menschen passiert ist, die ihr das angetan haben, ob die überhaupt gefunden werden und so weiter. Man fokussiert sich eben wirklich auf das Opfer. Ja, ja, auch schön mit stilistischen Mitteln umgesetzt, auch wie dieser Angriff dann immer mal zurückkehrt oder eben dieses Trauma, was sie auch dadurch irgendwie erlitten hat, wie das immer mal wieder so auch halt im Bild oder im Ton zurückkehrt, auch sehr schön. Ja, also von daher, also ich finde, es ist, wie gesagt, eben kein Feelgood-Movie, aber ich finde doch, es ist ein sehr kurzweiliger Film und ich finde, er passt eben auch wunderbar in die Zeit und denke, man könnte, man sollte oder kann sich den gerne anschauen. Ja, genau. Ja, ich glaube, über den nächsten Film, mit dem wir jetzt reden, werden wir der Paul nicht sagen, dass der kurzweilig war. Nee, lass er dich. Es geht um Blutsauger. Und ja, den haben jetzt wir zwei gesehen, Paul. Und da geht es um einen sowjetischen Fabrikarbeiter, der eigentlich Schauspieler wurde. Dann ist der Typ, den er darstellen sollte, im Film aber irgendwie bei Stalin in Ungnade gefallen. Dadurch wurde aus dem Film rausgeschnitten. Jetzt mag er nach Hollywood, um dort so eine Schauspielerkarriere anzufangen und landet jetzt irgendwo an irgendeiner Küste in Deutschland, gibt sich dort als Baron aus und ist auf einmal von Vampiren umgeben. Stimmt das so circa? Ich habe es damit beschrieben, eine Handvoll Menschen trifft sich an einem Strand und bespricht Max Capital und irgendwas ist auch mit Vampiren. Ja, oder so, genau. Ja, was ist das? Eine Komödie aus deutschem Hause. Ja, es klingt nicht so nach so einem typischen Vampirfilm, wo dann viel Blut spritzt. Nein, das auf keinen Fall. Und es ist auch kein Twilight oder so. Dieses ganze Vampir-Thema, ich bin mir nicht sicher, ob das eine Metapher... Also klar, die Metapher als Vampir wird ja im Film an sich ja auch aufgriffen. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das die Metapher beibehalten wird oder ob das einfach nur... Das sind jetzt Vampire. Also das habe ich nicht ganz verstanden. Aber okay. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Paul? Naja, also die Blutsauger eben, was weiß ich, als Kapitalisten, wie sie auch, glaube ich, Max beschrieben hat. Ja, genau. Also die erste Szene im Film im Prinzip, wo sie da in ihrem Buch... Wo das quasi erklärt wird. Genau. Also ich muss sagen... Ja, bitte. Ja, es ist eine... Was ist es? Es ist eine groteske oder es ist... Also zumindest wird es versucht. Aus meiner Sicht ist es sehr mühsam. Und Achtung, Wortspiel, sehr blutleer in Szene gesetzt. Dieser Film geht wirklich, der geht über zwei Stunden. Und ich war erst mal sehr froh, dass es hier nicht auch eine typische deutsche Komödie, wie man es ja vielleicht in vielerlei Hinsicht jetzt erst mal denkt. Oh Gott, das ist es eigentlich gar nicht, weil es doch immer eine bisschen andere Herangehensweise ist und mal doch ein paar andere Karten ausspielt. Aber so richtig gepackt hat es mich ehrlich gesagt nicht. Okay, das verstehe ich nämlich gar nicht. Weil bei mir hat dieser Film so einen ganz eigenen, komischen Sog entwickelt. Ich bin vor diesem Screener gesessen und war so... Ich weiß nicht ganz, was hier passiert. Ich weiß auch nicht ganz, wie ich das alles einordnen soll. Aber es kriegt mich. Ich bin da gesessen und war so... Okay, der Film hat eine ganz komische Wirkung auf mich. Auch so vom ganzen Stil her. Also ich meine, das Spiel ist 1928 oder so. Und dann haben sie Cola-Dosen oder Brillwaschmittelflaschen, also Plastikflaschen. Was so absolut nicht in dieses ganze Bild passt. Auch von dieser Zeit und von diesem Heranwesen, in dem dann die Octave, das ist dann die Fabrikbesitzerin, die er kennenlernt dort in Deutschland. Und das passt alles in dieses Bild irgendwie rein, so teilweise. Und das hat alles so eine gewisse Faszination für mich entwickelt, wo ich war so, okay, interessanter Ansatz. Finde ich cool, dass es das gibt. Ja, also ich verstehe, was du meinst. Aber für mich hat das halt alles dann halt... Also es hat alles ins Nichts geführt. Das hatte für mich keinerlei Wirkung. Und es wirkte auch diese Meta-Referenzen da mit, wir drehen noch irgendwie einen Film oder so. Das wirkte für mich auch so ein bisschen aufgesetzt. Und also mich hat das gar nicht abgeholt. Auch dieses quasi Verschmelzen von... Also zum Beispiel diese Kulissen und so, dieses Verschmelzen von den Zeiten der Vergangenheit und der Gegenwart vielleicht. Aber das war alles so matt. Und die Kostüme so glatt gebügelt. Und Diskussionen, die haben irgendwie auch immer nur ins Leere geführt. Und die fand ich auch natürlich durch diese gewollt, gestelzte und sehr emotionslose Vortragsweise, fand ich es persönlich eher anstrengend, dem Ganzen da zu folgen. Und ich verstehe, dass die Hälfte von dem, was ich wahrscheinlich jetzt gesagt habe, dass es durchaus gewollt war. Aber wie gesagt, über zwei Stunden hat mich das nicht gefesselt. Ich hatte zwischendurch leichte Wes Anderson-Vibes. Ja, das verstehe ich absolut. Aber auch nur so, als hätte man das so, als hätte man einmal kurz den Staubsauger rangehalten und hätte das so ein bisschen entschlackt. So als würden ganz viele Details und so wegfallen und man hätte so vielleicht die schrägen Figuren oder so noch übrig gelassen. Stimmt, es ist auch nicht so knallig wie so ein Wes Anderson, auch nicht so viel Pastellfarmen oder so. Aber ich kann nachvollziehen, was du sagst. Aber dann würde ich einfach sagen, agree or disagree hier. Weil bei mir hat er anscheinend auf einer ganz eigenen Ebene funktioniert, die er bei dir anscheinend nicht angesprochen hat. Ich muss es aber auch noch mal sagen, ich würde mir lieber noch mal so einen Film von dieser Machart anschauen. Wie gesagt, der Regisseur hat auch, glaube ich, vor ein paar Jahren hier Bekenntnisse eines gutbürgerlichen Hundes. Ich kann leider den Titel nicht mehr genau. Aber ich würde mir lieber so noch mal einen Film anschauen, als den neuen Schweiger-Schweighöfer-Film oder so. Das ist die Film. Und ich muss auch sagen, ich mochte zum Beispiel, also die Fabrik-Besitzerin, die Octavia, auf die er dann trifft, die hat so einen, sie nennen, also alles sagen Dima, außer sie. Sie sagt halt Personal Assistant, weil wir das mit dem Modellisieren reinkommen, was nicht die ganze Zeit passt, den Jakob. Und den fand ich zum Beispiel auch super. Also von der ganzen Art her, wie er das gespürt hat und so, das fand ich, der war eigentlich mein Lieblingscharakter in diesem ganzen Film. Weil den fand ich echt faszinierend. Ja, gut. Aber ja. Dann, außer du hast noch was zu sagen zu dem Film oder zu einem von den anderen zwei Filmen. Ne. Würde ich sagen, bedanken uns sehr herzlich bei dir für deine Zeit hier und dass du mit uns diese drei Filme besprochen hast. Sehr gerne. Und du darfst jetzt zurück in den Backstage-Bereich gehen und das schauen, was dir als nächstes vor die Augen kommt. Keine Ahnung. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Danke. Danke. Tschüss. Dir auch. Tschau. Und wir machen jetzt weiter mit drei Einspielern von unseren lieben Kollegen Sven, Kenny und Werner. Nämlich haben die einmal Willi und die Wunderkröte. Das ist eine Doku oder ein Spielfilm mit Willi Weitzel, bekannt aus Willi will es wissen. Den hat der liebe Sven gesehen. Genauso wie wir All Detroit von Bleiben und Verschwinden. Auch eine Doku über Bochum und Detroit und die Autoindustrie. Und meine schrecklich verwöhnte Familie von Kenny und Werner. Eine französische Komödie über eine wohlhabende, reiche Familie und deren Kindern. Viel Spaß. Ciao ragazzi und herzlich willkommen zur Besprechung des Kinderfilms Willi und die Wunderkröte. Ich bin der Sven und worum geht's? Eigentlich möchte Willi endlich mal wieder ausspannen und richtig ausschlafen. Das kann er natürlich nur zu Hause. Doch die Nachbarstochter Luna sorgt mit ihrem Froschfabel in einem Teich für reichlich Ablenkung und es steckt ein klein wenig mehr dahinter. Was erwartet uns? Was uns erwartet ist natürlich eine Vielzahl an Froschwissen. Es gibt fliegende Frösche, giftige Frösche, ich nenne sie mal Frostschutzfrösche und Ferrari-Frösche. Natürlich alles in typischer Willi-Wills-Wissen-Manier, schön vermittelt, wird noch ein bisschen Sozialarbeit geleistet, alles sehr kindergerecht und das in Spielfilmlänge. Natürlich darf Willi auch wieder in die Welt hinaus, da er dann nachts einen Traum hat, wo die Wunderkröte ihn natürlich auch außerhalb Deutschlands in die Wüste schickt und er allerhand Neues und Krasses erleben darf. Also, ich muss sagen, mir hat die Dokumentation gut gefallen. Es gab ein paar Frösche, die kannte ich gar nicht, einige Frösche sowieso nicht und generell wusste ich von Fröschen eigentlich nicht so arg viel, aber ich bin aufgeklärt, ich schweiß Bescheid. Wenn ihr auch Bescheid wissen wollt, geht rein. Ist ein schöner, harmloser Spaß, kann man sich schön angucken, ist auch nicht mit einem erhobenen Zeigefinger präsentiert und der Film ist Teil eines crossmedialen Objekts Frogs and Friends, das gestattet ist und in Zusammenarbeit mit internationalen Zoos kontinuierlich ausgebaut wird. Also, ihr tut auch noch was Gutes für die Frösche, deswegen geht rein, guckt es euch an oder guckt es euch zu Hause an. Mir hat er gefallen, das war es von mir. Quack, quack. Bis denne. Zurück ins Studio. Ciao, ciao. Hola, compadres und herzlich willkommen zur Besprechung der Dokumentation We Are All Detroit von Michael Löken und Ulrike Franke. Ich bin der Sven und ab geht's. Von Bochum nach Detroit, nein, das ist keine Deutschrap-Punchline, sondern die Geschichte der Dokumentation über diese beiden Autostädte. Aber nicht die Städte oder die Industrie, sie steht zwar schon im Fokus, aber der Fokus bezieht sich hier auf die Menschen, die von diesem Schicksal gebeutelt sind. Denn was passiert, wenn der starke wirtschaftliche Arm der Autoindustrie einfach wegbricht und sie wegziehen? Was nun? Wir hätten einen Anstieg der Arbeitslosigkeit, Kriminalität. Ja, ganze Wohnviertel sind teilweise, jedes dritte, vierte Haus ist noch bewohnt. Der Rest gammelt vor sich hin. Die Autoindustrie hat in Detroit auch einfach, sie sind einfach weggezogen. Da kümmert sich auch keiner um den Abriss gewisser Hallen oder sonst was. Die verrotten da einfach vor sich hin. Die Modernisierung hat da natürlich auch noch einen kleinen Teil dazu beigetragen. Tja, es wurde in einem Vortrag Detroit als eine urbane Verwüstung bezeichnet, während Bochum als urbaner Ruin steht. Wenn man die beiden vergleicht, ist es natürlich so, in Bochum haben wir zum Beispiel Menschen, die durch diese leeren Arbeitshallen streifen und ihren Erinnerungen frönen, während man in Detroit halt einfach sieht, da kümmert sich keiner drum, das gammelt einfach vor sich hin. In beiden Städten versuchen die Menschen ihrer Zukunft und die Zukunft ihrer Stadt neu zu erfinden. Sie versuchen einen Ausweg aus ihrer Situation zu finden oder einfach auch nur zu überleben. Die Dokumentation hat mir gut gefallen. Sie war sehr interessant. Sie ist gut gestaffelt. Wir haben einen angenehmen Score im Hintergrund. Es wird nichts irgendwie aufgedrängt, nichts drängt zwischen dem Vordergrund. Wir bekommen aber auch einfach ein bisschen Humor, den auch nur das Leben schreibt, zu Gesicht. Mir hat sie gefallen. Sie ist sehr interessant. Für das Kino weiß ich jetzt nicht. Ja, müsste selbst entscheiden für zu Hause, aber auf jeden Fall sehenswert und viel Spaß. Das war's zurück ins Studio. Ciao, ciao. Wir hier beim Tele-Stammtisch sind ja eine riesengroße Familie. Und die hat sich in der Regel eigentlich lieb, außer ein paar, zum Beispielst du und ich. Aber das ist eine andere Geschichte, ne? Hallo ist du, liebe Grüße. Aber es geht um einen Film, der um Familie geht. Und dieser Film heißt Meine schrecklich verwöhnte Familie. Und einer meiner Familienmitglieder hier vom Tele-Stammtisch hat ihn schon gesehen. Das ist der liebe Werner. Einen traumhaft wunderschönen guten Abend. Grüß dich, Papa. Ja, mein kleiner Junge. Erzähl mal, du hast ihn ja gesehen. Worum geht's denn da? Erzähl doch mal. Ja, also ich hatte das Vergnügen, ihn in der Sneak-Preview bei uns zu sehen. Und in dem Film geht es um die drei Kinder, Philipp, Stella und Alexandra, die einen reichen Vater haben, genannt Francis Bartek. Und die führen ein sehr, sehr gemütliches Leben auf Kosten ihres Vaters, der eben eine ganze Menge Kohle hat. Und die Kinder müssen quasi nichts machen, kriegen alles, was sie wollen. Und der Vater hat dann irgendwann mal genug von seinen faulen Kindern, die nichts drauf haben. Dann passiert etwas, um das mal zu sagen, was die Familie dazu bringt, mal ein anderes Leben führen zu müssen. Und die Kinder müssen plötzlich mal anfangen zu arbeiten, sich Arbeit suchen und ein anderes Leben führen. Eine, naja, Lektion, die der Vater ihnen beibringen möchte. Und ja, da passiert dann doch so einiges. Gut, klingt erstmal nach einer einfachen Geschichte. Ich muss sagen, wenn ich an französische Filme denke, muss ich immer an irgendwelche Komödien denken, wo irgendwelche Blödsinn passiert. Ich glaube, das ist hier genauso der Fall, oder? Kann das sein? Ja, also wer französische Komödien kennt, der weiß eigentlich so ziemlich, was er hier, oder was man hier erwarten kann. Um es mal auf den Punkt zu bringen, meine schrecklich verwöhnte Familie ist eine von vorne bis hinten typische französische Komödie. Und das im positiven Sinne. Also der Film hat eine Lauflänge von 95 Minuten, was meiner Meinung nach eine sehr passende Laufzeit für eine Komödie ist. Und auch wenn jetzt der Regisseur Nicolas Couget, oder wie man den ausspricht, und der Cast unbekannt sind, also ich will die Namen gar nicht aussprechen, weil ich sowieso falsch aussprechen würde. Also es sind jetzt keine großen Stars mit dabei, aber die vorhandenen Schauspieler machen ihren Job echt gut. Und der Kinosaal hat immer mal wieder was zu lachen, Kat. Also für Unterhaltung war auf jeden Fall gesorgt. Musikalisch hat man hier und da auch mal was Passendes untermalt, um das mal so zu sagen. Da passt auch alles. Und die Geschichte an sich, ja, ist jetzt natürlich nicht unbedingt was Neues. Diese Geschichte mit dem reichen Vater und den faulen Kindern kennt man ja. Aber es wird hier trotzdem ganz nett erzählt. Und man möchte schon wissen, wie geht es weiter, was passiert. Und auch wie die ganze Sache dann am Ende ausgeht. Und wer dann in Wirklichkeit was lernt und so etwas, ist alles im grünen Bereich, um das mal so zu sagen. Das heißt, am Ende gibt es auch eine schöne Moral, wo man was dabei mitnimmt, irgendwie so eine kleine Botschaft, ja? Genau. Also da kann man auch eine Kleinigkeit daraus mitnehmen, ohne dass man da allerdings zu sehr, ja, ohne dass man es den Zuschauern zu sehr ins Gesicht drückt. Tja, jetzt weiß ich groß gar nicht, was ich in große Fragen stellen soll. Das klingt einfach nach einer wirklich guten französischen Komöte. Ich habe in letzter Zeit relativ viel Müll gucken müssen und hätte, glaube ich, Bock mal wieder was zu gucken, was einfach nicht so anspruchsvoll ist. Wo man aber wirklich reingeht und man nicht enttäuscht wird. Ja. Ich glaube, da sind wir ja gut bedient, ne? 90 Minuten oder 95 Minuten, das ist jetzt nicht zu viel. Da braucht man auch, da kann man den Kopf sicherlich gut frei haben. Ist der immer nur ganz so positiv und albern oder gibt es auch mal so ein bisschen so Achterbahn, also emotionale Achterbahn? Gibt es mal was Trauriges oder sowas oder mal was, wo du so ein bisschen Streit oder so Kram oder ist es mehr nur albern positiv? Ja, also der Film hat durchaus seine Konflikte, die es da in der Familie dann gibt. Es gibt auch eine tragische Seite in dieser ganzen Geschichte und dann ist da noch der Liebhaber von der Tochter Stella. Eine Hochzeit, die im Raum steht, die für Kontroverse sorgt und auch unter den Kindern gibt es Streitereien. Also da ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen bei den dreien und daher gibt es dann doch so einige Konflikte untereinander, die ausgetragen werden, die gelöst werden müssen. Eine durchaus gelungene Geschichte, aber ohne große Highlights. Also es gibt regelmäßig was zu lachen, diese ganz großen Lacher bleiben allerdings aus. Es gibt eine interessante Geschichte, die großen Überraschungen bleiben aber aus und so zieht sich das eigentlich durch den ganzen Film, kann man eigentlich sagen. Okay, wie möchtest du diesen Film bewerten? Gibt es irgendwas, was in dem Film immer wieder vorkommt, was man benutzen könnte? Schuhe. Ich würde ihn mit Schuhe bewerten. Ah, Schuhe. Sehr interessant. Dann hau mal raus, wie viele Schuhe würdest du diesem Film geben? Also meine schrecklich verwöhnte Familie bekommt von mir dreieinhalb von fünf Schuhen. Einfach weil der Film wirklich gut zu unterhalten weiß, man hat genug zu lachen, man hat eine interessante, gute Geschichte mit einer kleinen Botschaft dahinter, Konflikte und ja, eine Laufzeit, die nicht zu lange geht. Und von dem her gute und gelungene Unterhaltung. Wer französische Komödien mag, anschauen. Sehr gut. Wunderbar. Dreieinhalb Sterne und das sind doch fast zwei Paar Schuhe. Wunderbar, da kann man doch laufen. Einwandfrei. Ich würde sagen, hätte ich Bock drauf. Könnte ich mir, glaube ich, reinziehen. Ob ich in Kino gucke, weiß ich nicht, aber da hätte ich Bock drauf. Definitiv. Gut, liebe Leute, schaut ihn euch an. Gibt viele andere Sachen, die viel, viel schlechter und schlimmer sind, aber die Sachen ist ja ganz gut. Und lieber Werner, danke für dein Feedback, für dein Review dieses tollen Films. Und ich sag mal, schönen Abend noch euch allen und bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich bei dir, Kenny, für deine Zeit und verabschiede mich genauso bei euch. Bleibt gesund und hört bald wieder rein. Ciao zusammen. Und um es in den Worten von Dingens zu sagen, von Fast and Furious, Familie. Familie. Wir sind eine Familie. Familie. Ja, dann auch nochmal von meiner Seite vielen Dank an Sven, Kenny und Werner, dass sie uns diese Endspieler beigesteuert haben zu ihren drei Filmen. Ich denke, für den einen oder anderen könnte was dabei gewesen sein. Ich fand die Frösche sehr nett. Ja, die Frösche waren super. Und ich dachte auch am Anfang ganz kurz, es geht um Fast and Furious. Mit einer Familie, aber doch nicht. Ich glaube, der kommt erst nächstes Jahr. Das ist eher dein Thema, nicht meins. Ja, ich bin gespannt. Genau. Dann kommen wir noch zu zwei Filmen, die wir gesehen haben. Nämlich, der erste ist Das Licht, aus dem die Träume sind. Klingt nach einem sehr großen Film. Kathi, worum geht's denn? Ist aber eigentlich ein sehr kleiner Film. Es geht um einen Jungen in Indien, glaube ich, der von seinem Vater endlich mal wieder ins Kino mitgenommen wird, weil sein Dad meint sie, ja, Kino ist nichts für sie und das ist irgendwie, das verstößt ihr gegen ihre Prinzipien und keine Ahnung, spielt sie mit einem religiösen Film im Kino und sie schauen sich den an. Und der ist halt absolut fasziniert von Kino und Filmen und will selber unbedingt Filme machen. Und sein Vater ist da halt absolut dagegen. Und freundet sich dann mit dem Filmvorführer des Kinos an, um im Austausch gegen Essen von seiner Mutter gratis die Filme schauen zu können. und fang dann auch an, mit seinen Freunden selber Filmvorführungen im Prinzip zu geben, indem sie sich selber Projektoren bauen und die selber vertonen und so. Und ja, darum geht er dafür, eben diesen Jungen, die Faszination, die er dann für Filme und Kino hat. Ja, und eben auch dafür kämpft oder halt irgendwie versucht, sich den Traum zu verwirklichen, eben Filmemacher zu werden. Und ja, da sind wir schon mal bei dem Punkt, der mir eben sehr beindruckt hat. Ich meine, das spielt ja schon, würde ich mal behaupten, in der Jetzt-Zeit, aber man merkt, wie da das Leben und die Technik noch hinterherhinkt, weil ganz am Anfang, wo man eben sieht, wie er da im Kino ist, dann sind das ja wirklich nur so alte Kinoprojektoren, wo dann die Kinofilme noch auf Rollen sind, wo dann die Rollen quasi wieder zurückgerollt werden müssen und dann nur so, wo man manuell noch die Filme schneiden kann und so weiter. Und das lernt er dann auch alles. Und ja, es ist halt wirklich schwer für einen Jungen von, ja, ich würde es nicht sagen von seinem Stand, aber halt einfach von den Umständen her, die Möglichkeit zu kriegen, überhaupt jetzt so an Hollywood oder Filme machen zu denken, weil er müsse dann dafür eben Englisch lernen und die ganzen Chancen auf die Schulen, die er gehen müsste, ist halt alles in sehr, sehr weite Entfernung. Er müsste halt in die Stadt, weil irgendwo am Land, er müsste in die Stadt dort halt Englisch zu lernen und die Schulen zu besuchen und ja, und außerdem ist sein Vater halt absolut dagegen, das heißt, der will ihm das halt gar nicht irgendwie finanzieren, da auf diese Schulen zu gehen, weil der halt nicht will, dass sein Sohn sowas Schmutziges wie Filme macht. Und ja, und ich fand den echt beeindruckend, den Film, also die fangen dann eben an, ihre eigenen Projektoren zu bauen, ihre eigenen Vorstellungen zu machen, mit so einem Erfinderreichtum, der mich echt fasziniert hat. Also, wie sie das dann alles aufbauen und dann eben anfangen, selber die, weil sie dann auch keinen Ton haben, sondern nur das Bild haben, selber anfangen, diese Filme zu vertonen, Vorstellungen für die Leute, das Dorf zu geben und so. Das fand ich schon echt beeindruckend. Und dieser Erfindungsreichtum, wenn du dir eben vorstellst, wie die Kinder bei uns heute, wie die Kinder bei uns Filme ausschauen, die wissen haargenau, wie sie auf dem Handy oder auf dem Tablet irgendwie einen Film ausschauen können. Und der Junge, der klaut eben am Anfang immer so einzelne Bilder aus so einem Film und dann versuchen die am Anfang mit irgendwelchen Methoden einfach dieses Bild auf eine Leinwand zu projizieren. Und wenden dann halt, was weiß ich, was für Physik an, also ohne, dass sie es eigentlich wissen dürften oder nicht so, die probieren sich da einfach aus. Und dann kriegen die ja irgendwann auch noch raus, dass diese ganzen Filme bei ihnen da am Bahnhof immer irgendwie zwischengelagert werden oder dann eben weitergeleitet werden und dann fangen sie halt Oda in dieses Lager einzubrechen und die Filmrollen zu klauen und bauen sich dann Projektoren, sammeln halt Altmetall und Schrott und Fahrräder und so weiter, um sich dann so einen Projekt da zu bauen und freuen sich über jeden kleinsten Erfolg. Also das war echt schön, also hat mir sehr gut gefallen. Genau. Ja. Ich fand die erste Hälfte, also fand ich sehr herzlich, auch sehr hoffnungsvoll irgendwie, aber der Film hat in der Mitte so einen Bruch. Da passiert dann was, ich mag jetzt nicht spoilern, aber da passiert was und ab diesem Zeitpunkt ist das dann alles nicht mehr so heiter und schön, sondern da wird es dann halt wieder so richtig am Boden der Realität zurück, weil, ja, so ist das Leben halt leider. Ja, also ich fand es nicht ganz so extrem, ja. Also dieses eine Erlebnis, was da passiert ist, das hat ihn nachhaltig dann am Anfang beeinflusst und dann auch eben quasi sein Wesen etwas und so seinen Plan. Also er war dann quasi, ja, hat er nicht mehr so mit Intention diesen Plan verfolgt, sondern hat sich dann eher dem gefügt, was sein Vater wollte. Aber ich hatte dann schon immer noch die Hoffnung, dass es so in Richtung Happy End geht, aber ich will jetzt eben nicht zu viel verraten, aber der, ich fand ihn am Schluss wirklich sehr, sehr gefühlvoll und sehr emotional. Ja, das stimmt. Was sich noch ein bisschen gestört hat, war, ich habe das Gefühl, dass der sich am Anfang ziemlich lang für alles irgendwie Zeit nimmt und dann am Schluss doch ein bisschen gehetzt wirkt, um das dann alles zum Abschluss zu bringen, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist, aber ich fand da schon, dass er sich vielleicht am Anfang ein bisschen weniger und am Schluss dann ein bisschen mehr, dass man auch vielleicht manche Entscheidungen ein bisschen besser nachvollziehen kann, die dann auch Leute, also Personen nicht vom Treffen, aber ansonsten fand ich den echt durchaus gelungen. Ja, ich auch. Also der war sehr berührend. Gibt auch wirklich so einen Einblick, was mich ja immer voll fasziniert, wo ich immer so gern zurückgestattet war, auch wo die Mutter gekocht hat. Ja, das schaut so gut aus, da habe ich immer Hunger bekommen. Erstens aber das sah wirklich gut aus und dann auch so, also die Art und Weise, wie die kochen. Also die sitzen ja, also man kriegt da also wirklich so ein bisschen einen Einblick in das Leben von den Menschen, also wie die dann eben kochen. Also es ist nicht so, dass die so eine Küche haben wie bei uns und so am Herd stehen, sondern die sitzen und machen alles irgendwie beim Sitzen, haben auch ganz andere Schneidwerkzeuge, wie sie wir haben. Also das fand ich einmal sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, das Essen hat immer sehr lecker ausgesprochen, bloß ich befürchte, dass das alles viel zu scharf gewesen wäre für mich. Wahrscheinlich, ja, das glaube ich auch. Ich glaube, der hat ja immer in seinem Brot, in seine Mahlzeit, die er immer mitgekriegt hat, da war sogar immer noch so eine on top, eine Chilischote einfach so dabei. Ja, genau, genau. Also ich glaube nicht, dass das Essen kann, weil das hat schon sehr scharf, aber sehr gut ausgeschaut. Ja, sehr lecker, ja. Okay, dann hätte ich gesagt, kommen wir von Indien nach Estland und reden über den zweiten Film, den wir zwar die Woche gesehen haben, nämlich Firebird. Magst du denn erstmal kurz zusammenfassen? Ja, Firebird spielt in den 70er Jahren in einer, ja, zu Anfang so einer Art Kaserne oder so Ausbildungsstätte eben von den Soldaten, wo die, glaube ich, Kampfpiloten werden. Und da sind eben Sergej und seine Freundin Luisa und, ja, verbringen da mehr oder weniger eine gute Zeit. Also es gibt da so einen Offizier, der die halt immer ganz schön triezt, also, ja, hat schon so starke Vibes wie der, die behandelt und wie der, die immer anschreit. Und es kommt eben dann noch hinzu so ein ausgebildeter Flieger, der heißt Roman. Und der ist halt so eine Erscheinung von Soldaten. Also er schaut wirklich gut aus, würde ich sagen, und ist eben ein netter Soldat. Erscheinung von Soldaten finde ich eine super Bezeichnung. Ja, so wie man sich halt irgendwie einen stattlichen Soldaten halt eben vorstellt. Ja, schaut ein bisschen aus wie Tom Cruise, was auch passt, weil er auch Kampfpiloten ist. Aber das, ich weiß nicht, ob das Edition war oder Zufall, aber das möchte ich nur gerne anmerken. Und, ja, die Luisa, die verliebt sich eben so ein bisschen in die, oder spermt für den. Und merkt aber leider nicht, dass eigentlich sich so eine Liebesgeschichte zwischen Sergej und Roman eben anbendelt und entwickelt. Und das Problem ist aber, in der Zeit, in den 70ern und eben auch in Russland, ist eben Homosexität noch strengstens verboten und wird halt mit Gefängnis bestraft. Und bei Soldaten ist das natürlich noch viel extremer. Und, ja, sie werden da eben ziemlich beäugt. Und es gibt dann noch so einen, ich glaube, Major ist er, Major, der eben, ja, den Roman so ein bisschen auf dem Kieker hat und eben ihm das nachweisen will, weil ihm zu Ohren gekommen ist, dass er irgendwie so ein Techtelmechtel mit einem anderen Soldaten hat. Und, genau, und Sergej will ja eigentlich Schauspieler werden. Der versucht dann eben auch, sich den Traum zu wirklichen. Er merkt, dass der Soldat nicht das Seine ist und geht dann auch auf die Schauspielschule. Aber, wie gesagt, die Beziehung zwischen den beiden steht eben unter keinem guten Stern, weil eben Roman auch, ja, weiterhin Pilot sein will und weiterhin Soldat sein will. Und deswegen hat er eben Bedenken, die Beziehung fortzuführen. Und das verletzt wiederum eben Sergej. Ja, und das Ganze beruht ja auf wahren Begebenheiten von eben einem russischen Schauspieler, der eben auch sehr geheißt. Und der hat ja das Buch geschrieben, das heißt The Story of Roman. Und auf dem Ganzen passiert das ja, also es ist eine wahre Geschichte, auf wahren Begebenheiten zumindest. Genau. Und es ist halt absolut auch kein Feelgood-Movie. Was ich auch noch sehr interessant fand, was ich herausgefunden habe, oder was ich dann gelesen habe bei der Recherche, ist, dass der Regisseur, der Peter Ribane, oder wie man den Namen ausspricht, der war eben am Anfang eher, also es war sein erster Spielfilm, den er gedreht hat. Vorher war er mehr so für Dokumentarfilme bekannt und hat er irgendwie früher Musikvideos für Moby und die Petra Boys gemacht. Und das war eben sein erster Spielfilm. Er hat auch mit dem Schauspieler, der den Sergej spielt, das Drehbuch dazu geschrieben, eben basierend auf dem Buch. Und er ist eben selbst homosexuell und setzt sich eben für die Gleichberechtigung ein in Estland, dass eben Homosexualität eben nicht mehr verteufelt wird oder nicht mehr unter Strafe gestellt wird. Ich weiß nicht, wie gerade die aktuelle Gesetzgebung in Estland ist, muss ich zugeben. Aber er setzt sich halt dafür mehr Gleichberechtigung ein. Und also ich muss sagen, dafür, dass es ein Spielfilmdebüt ist, ich fand den, also jedes Mal, wenn die zwei, Sergej und Roman, irgendwie Zeit miteinander verbringen, hat man das Gefühl, dass dieses ganze Militärzeug, diese ganze Militärbasis um sich herum nicht stattfindet. Man hat das Gefühl, wenn diese zwei Zeit miteinander verbringen, sind sie in einer komplett eigenen Welt und da gibt es auch nichts anderes. Da ist es auch vollkommen egal, dass sie davor einen Zusammenschutz bekommen hat oder was auch immer davor passiert ist. Da gibt es nichts anderes. Ich weiß nicht, wie du das gefunden hast. Ja, ich habe eher so manchmal das Gefühl gehabt, dass das sogar so ein richtiger Wechsel auch von dem Farbenspiel war. Weil da, wo die dann mal so im Urlaub waren oder da in ihrer Wohnung, da waren das so warme Farben, so helle Farben. Und wenn es dann wieder so Richtung Militär gegangen ist oder dass eben Roman, der hat später dann ja auch eine Familie, war das mehr immer so kalt und düster und dunkle Farben. Ja, absolut. Das stimmt. Und auch so generell von der Bildsprache her, es gibt dann auch so Szenen, wo sie sich dann verkracht haben oder so, wo sie dann an einer Wand stehen und dann ist so ein Riss zwischen den beiden in der Wand. Ich meine, es ist zwar schon sehr on the nose, aber das fand ich sehr schön, das nochmal alles so ein bisschen bildlich darzustellen, wie das gerade in dem Vorgehen, wie sie sich gerade fühlen. Ja, also man merkt im Film schon eben an, was eben der Regisseur damit bezwecken will, eben auf das Thema anstoßen. Aber ich finde, es ist trotzdem nicht so mit einer Holzhammer-Methode eingeprügelt. Also subtil ist er nicht. Ja, das stimmt auch. Aber ja, es stimmt schon. Und ja, ich muss sagen, ich hatte, wie ich das erste Mal die Inhaltsangabe gelesen habe, habe ich irgendwie gedacht, da geht es irgendwie so darum, dass sich der Serge und die Luise in diesen Roman verliebt, dass irgendwie so eine Dreihetsbeziehung wird, zumindest am Anfang für mich angehört. Aber das wird sie dann absolut nicht. Das wird etwas komplett anderes, wie was ich erwartet habe. Und ich war absolut positiv überrascht. Ich bin richtig begeistert von dem Film. Ich fand den echt, echt gut. In allen seinen Hinsichten eigentlich, wie er erzählt, wie seine Bildsprache ist, was er aussagt. Und auch die Schauspieler fand ich super. Also ich bin froh, dass es das geworden ist, was es jetzt geworden ist, nicht das, was ich erwartet habe. Ja, also ich muss sagen, mir hat der Film auch sehr, sehr gut gefallen. Es ist, glaube ich, einmal nur ein sehr aktuelles Thema, vor allen Dingen, wenn man jetzt wieder eben sieht, dass es in Russland auch wieder strengere Gesetze diesbezüglich gibt. Von daher, wie gesagt, es ist keine leichte Kost, aber wie gesagt, der Film ist sehr ansprechend, hat mir sehr gut gefallen. Also ich habe es nicht bereut, den Film gesehen zu haben und kann den Film einfach nur empfehlen. Ja, dem kann ich mich absolut so anschließen. Und dann hätte ich gesagt, noch eine kleine Empfehlung, was auch im Kino läuft diese Woche, und zwar startet ein Clown, ein Leben, den haben wir bereits am Dogfest 2021 besprochen. Also wenn euch der interessiert, könnt ihr euch da gerne die Besprechung dazu anhören. Und dann kommen wir zu den dieswöchigen Heimkinostarts. Da hast du was gesehen, Therese. Genau, also ich habe mir auf Netflix so eine Miniserie angesehen, die nennt sich The Penta Virat, also das Penta Virat. Ist eine Miniserie von Mike Myers, hat so an die sechs Folgen und gibt es seit dem 05.05. bei Netflix. Und das ist eine Comedy-Serie, da geht es eben darum, um einen kanadischen Journalisten, Ken Scarborough, der eben droht, seinen Job zu verlieren. Und deswegen beschließt er eben, auf die Messe für Verschwörungstheoretiker zu fahren und da irgendeine Verschwörung eben aufzudecken und darüber zu berichten und dadurch seinen Job zu retten. Und auf dieser Messe wird er dann eben von so verschiedenen Verschwörungstheoretikern angesprochen und wird eben auf dieses Penta Virat hingelotst, was quasi ein Geheimbund ist, der seit 1300 irgendwas existiert und quasi so die Geschicke der Welt lenkt oder halt versucht, sagen wir es mal so, eher der Welt zu helfen. Also jetzt nicht, die koordinieren alles im Geheimbund, sondern die versuchen schon, das Ansinnen ist schon, dass sie der Menschheit nützliche Sachen bringen. So, und gleichzeitig gibt es immer dieses Penta Virat. Die sind aktuell nur zu viert und kriegen eben ein neues Mitglied, weil eben ein anderes Mitglied verstorben ist. Und, ja, müssen auch mit so einer, wie soll ich sagen, da ist auch eine Person unter ihnen, die eben so, ja, nicht so ganz dem Ziel verfolgt, wie eben dieses Penta Virat. Und es gibt eben da auch Unschimmigkeiten innerhalb von den fünf und es passieren eben auch noch ein paar Todesfälle. Und, ja, sie macht einerseits sehr Spaß. Also wer Spaß hat an dem Humor von Mike Myers, wird auch diese Serie lieben. Wie gesagt, es sind nur sechs Folgen, die so roundabout, jede Folge so circa 25 bis 30 Minuten dauert. Sehr viele Rollen werden eben von Mike Myers gespielt. Also ich glaube, vier von den fünf Penta Viratsmitgliedern spielt er, dann spielt er zwei Verschwörungstheoretiker und auch noch den Journalisten, der sich dann eben bei diesem Verein mit einschleicht. Aber was mir, was mein Highlight bei der Serie ist, ist eindeutig dieses Intro. Das Intro wird gesprochen von Jeremy Irons und es ist jedes Mal anders. Ich möchte nicht zu viel verraten. Und wie gesagt, schaut euch zumindest die Intros an. Bitte wirklich nicht die Intros überspringen, wie man es gerne möchte bei Netflix. Also hier lohnt es sich wirklich, sich die anzuhören. Ansonsten gab es den einen oder anderen Gag, den ich wirklich gut fand. Und auch so diese Idee mit den Verschwörungstheoretikern, die halt die absurdesten Verschwörungstheorien haben. Wie gesagt, der eine sagt dann irgendwie so, nee, Seife benutzt er nicht, weil Seife ist irgendwie von der Seifenindustrie-Propaganda so quasi, also es kommen die wildesten Theorien auf den Tisch. Das klingt ein bisschen, also es klingt nach was, was mir Spaß machen würde, weil es so absolut absurd ist. Aber ist es nicht ein bisschen, also kann man die Rollen zuseinander halten? Ist es nicht ein bisschen Overload für irgendwie sechs Folgen und sieben Rollen und es passiert die ganze Zeit was? Oder geht das? Doch, man kann es auseinanderhalten. Also man merkt klar, welche Rolle welchen Charakter so hat. Also das kann man durchaus unterscheiden. Gefühl, glaube ich, oder zumindest, ich habe es in der deutschen Synchronisation angeschaut, auch wirklich alle so ein bisschen an einen Sprecher oder da wäre es mir nicht aufgefallen, wenn es derselbe Sprecher gewesen wäre. Was halt nicht so mein Fall ist, ist eben manchmal so der Humor von Mike Myers. Also immer so quasi unter der Gürtellinie und so in die Fäkalsprache-Richtung und immer irgendwelche so Andeutungen mit, ja in die Richtung so Pipi-Kacka-Humor ist eben nicht meins. Und es kommt halt da sehr oft und sehr häufig zum Tragen. Okay, aber wenn man mit dem Humor was anfangen kann, dann klingt das doch noch eine Empfehlung, oder? Natürlich, also wie gesagt, das sind, wie gesagt, nur sehr, sehr kurze Folgen immer. Also von daher, wer Mike Myers Fan ist, wer sich dem Thema widmen will, darf das gerne tun. Und ja, es ist wirklich auch sehr unterhaltsam und sehr kurzweilig. Alles klar. Dann sind wir schon fast am Ende von der Folge. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr uns natürlich auf Spotify bewerten, folgen, uns fünf Sterne geben, uns auf Insta folgen, kommentieren, liken oder unsere Webseite besuchen. Und wir haben jetzt noch zwei Einspieler, die auch aus dem Heimkirchen starten. Nämlich einmal Sneakerella, den habe ich mit der lieben Blitmarie besprochen. Das ist eine neue Option von Aschenbuddeln. Und einmal die Serie Clark, die hat der liebes Du besprochen. Eine Miniserie auch bei Netflix über den Gangster Clark Olofsson, der mit dem Begriff Stockholm-Syndrom verbunden wird. Und ich habe gesagt, wir verabschieden uns jetzt schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Theresia, für deine Mithilfe hier. Ja, danke für, ja, auch danke für deine Mithilfe und danke immer für die technische Unterstützung, die du mir gibst. Ja, gerne. Und auch vielen Dank nochmal an Paul, dass er da Gast bei uns war heute. Ja, und ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, wir freuen uns, wenn ihr uns immer mal wieder zuhört. Von daher, ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Genau, auch von mir bleibt gesund und ciao. Hallo, mein Name ist Kathi und ich habe mir die liebe Britmarie jetzt geschnappt. Hi. Hallo. Weil wir haben auf Disney Plus das Musical Sneakerella geschaut, was jetzt am 13.05. dort startet und möchtest du das kurz mal zusammenfassen? Ja, natürlich. Es geht um Elle, der Ambitionen hat, ein Sneaker-Designer zu sein oder zu werden, der immer in seiner Freizeit auch schon Sneaker gestaltet und der trifft bei einer großen Sneaker-Premiere auf ein junges Mädchen, nämlich auf Kira King. Da weiß er noch nicht, dass es Kira King ist und die beiden verlieben sich ineinander und es stellt sich natürlich heraus, Kira King ist die heimliche Tochter des Sneaker-Tycoons Darius King und auf der Suche nach dem neuen heißen Designer und Elle natürlich möchte der neue heiße Designer sein und so kommen die beiden zusammen und verlieben sich natürlich auch ineinander. Dummerweise nimmt Kira an, dass Elle schon mit ganz vielen großen Unternehmen als Designer zusammengearbeitet hat. Der wiederum traut sich nicht, ihr zu sagen, dass das nicht der Fall ist, weil er Angst hat, dann würde er quasi sozusagen den Fuß in der Tür verlieren und außerdem ist er ja auch verliebt in das Mädchen. Er möchte ja auch weiter mit ihr Kontakt haben und deswegen geht dann ein Spiel von Irrungen und Wirrungen los und das Ganze lehnt sich, sagen wir mal, lose an das Märchen von Cinderella an beziehungsweise Aschenputtel, aber die, ich sag jetzt mal, die amerikanische Variante mit wir verlieren einen Schuh, etc. etc. und deswegen heißt es eben auch Sneakerella, also Sneaker und Cinderella, ja. Und mehr möchte ich, glaube ich, auch gar nicht verraten, wobei man sich natürlich denken kann, wie es endet, weil es ist natürlich angelehnt an Cinderella. Genau, ja. Und das Ganze ist ein Musical, sehr hippoplastik, bis auf einen einzigen Song, glaube ich, der wirklich auch aus dem Original-Disney-Film ist, dieser A Dream is a Wish Your Heart Makes, den sie da auf dieser Gala da tanzen, weil der ist ja aus dem klassischen Cinderella-Film, aber sonst ist alles sehr... Ja, genau, richtig aus Cinderella, genau, ja. Genau, genau. Sehr hippoplastik. Wird dir das gefallen mit dem, mit der Musik-Einbettung und dem Musikstil und so? Also ich fand's okay, ich fand's gut. Ganz ehrlich, es steht Disney drauf, es ist Disney drinne. Ich habe erwartet, so eine Happy-Go-Lucky-Bubble-Gum-Welt zu bekommen, mit eben genau dieser Art von Songs und dass das Ganze so ein bisschen im Hip-Hop-Milieu angesiedelt war. Das wusste ich zwar nicht, habe ich mir aber auch gedacht, ich meine, es geht um Sneakers, ja. Die klassischen Sneaker-Hats, die gehen natürlich genau, die sind ja in dieser Ecke auch unterwegs. Mich hat das Ganze natürlich enorm erinnert an Highschool-Musical, obwohl es eine andere Art von Musik ist, aber die ganze Art und Weise der Produktion ist die gleiche, ja. Wobei es natürlich klassische Musical-Produktion ist. Du hast die großen Momente, wo eben das ganze Ensemble zusammen auf der Straße tanzt und du hast die kleinen Momente, wo eben dann Elle und zum Beispiel auch Kira zusammen tanzen, beziehungsweise Elle und seine beste Freundin, die ihn unterstützt, beziehungsweise es gibt ja dann auch noch sowas ähnliches wie eine Fairy Godmother, also so ein bisschen die böse, die böse, äh, die gute Fee, die ein bisschen unterstützt. In diesem Fall ist das der freundliche Nachbar von nebenan, der da so ein bisschen heimlich versucht, Elle zu unterstützen. Und ja, also es hatte so diesen Happy-Go-Lucky-Charme. Ich fand's gut gefunden. Ja, absolut, das kann ich nicht zustimmen. Wie du gesagt hast, es steht Disney drauf, es ist Disney Tränen, alles bunt, alles fröhlich und es ist ja kein Geheimnis, dass ich ein richtiger Sacker für Musicals bin. Ich liebe Musicals über alles und genau das kriegt man da halt. Das ist jetzt kein, ich finde, das Rad jetzt nicht irgendwie neu, aber man schaut sich den an, hat eine gute Zeit, das ist alles happy, man weiß circa, wie die Story ausgehen wird, weil es halt doch Cinderella ist, aber das tut keinem weh dort. Was mir auch aufgefallen ist, was ich sehr schön fand, ist die Modernisierung. Also oft, wenn man so Leute Jugendsprache oder so reden hört in Filmen, dann ist es meistens sehr cringe. Ich weiß nicht, ich habe nicht auf Englisch geschaut, ich weiß nicht, auf welches du ihn geschaut hast. Doch, auch auf Englisch. Okay, aber ich fand das alles sehr natürlich, auch dieser Umgang zwischen der Kira und dem Elle zum Beispiel, dieses nach dem ersten Treffen, sagen sie nicht so, hey, lass nur mal austauschen, sondern das ist dieses follow you and I follow you back, so all auf Social Media bezogen, das Ganze. Und das fand ich, das fand ich so überhaupt nicht aufgedrückt oder so, das hat so richtig schön reinpasst, und war so richtig erfrischend, mal zu sehen, dass es auch geht, ohne sich zu denken, oh, wer hat denn die diese, diese Dialoge geschrieben, das wird kein Mensch im echten Leben jemals so sagen. Ja, also ich muss auch sagen, dass ich positiv überrascht war, ich hatte ehrlich gesagt, das Schlimmste befürchtet, als ich den Titel gehört habe, Sneakerella, dachte ich schon, oh mein Gott, also es ist ja auch so ein Reim dich oder ich schlag dich Titel, also weißt du, so einer so ein, oh, gerade so daneben, weißt du, so durch den Rücken ins Herz, also es ging nicht. Ich dachte, oh Gott, wenn dieser Titel schon so schrecklich ist, ja, wie wird dann erst der Film sein? Und dann war ich genauso wie du echt positiv überrascht, also die Story ist einheitlich und gut erzählt, man kann dem Ganzen auch folgen, ich meine gut, es hat lose Cinderella Anlehnungen, natürlich, aber grundsätzlich ist die Geschichte schon modern genug und auch auf Elle und seine Situation zugeschnitten, dass das Ganze auch Sinn ergibt, dann haben wir, wie gesagt, es ist alles wirklich modern, ich meine, natürlich ist es ein bisschen zu, viele Dinge, also sind praktischerweise plötzlich da oder passieren praktischerweise, ich meine, es ist ein Märchen, es bleibt ein Märchen, genau, aber und grundsätzlich aber hat mir das gut gefallen, mir hat die Dynamik zwischen den Figuren gefallen, ich fand, dass durch die Bankwerk alle gut besetzt war, auch bis in die Nebenrollen hatten wir gute Schauspieler, die das ordentlich gemacht haben, ich meine, werden die da für den ganzen Oscar kriegen? Nein, ja, aber sie haben wirklich ordentlich gespielt, also das hat auch Spaß gemacht, die Chemie zwischen Elle und Kira war auch da, also zwischen Chosen Jacobs und Lexi Underwood, dieses Jahr spielen, die ich auch beide tatsächlich vorher nicht kannte, er kam mir vage bekannt vor, ich vermute mal, dass ich ihn irgendwo schon mal gesehen habe, also er hat ja in ETH, glaube ich, mitgespielt in der Neuverfilmung und der einen oder anderen Serie, da habe ich ihn vielleicht mal gesehen, aber so grundsätzlich war das gut, die haben gesanglich auch alle in ihre Leistung gebracht, also die konnten auch alle singen, das war auch wichtig, die Songs waren auch gut, es war der eine oder andere Ohrwurm auch dabei und das hat schon alles wunderbar funktioniert, ich meine, ja, natürlich brauchst du ein bisschen Schatten, um ganz viel Licht zu haben, also Elle ist natürlich, das ist die klassische Cinderella-Situation auch, seine Mutter ist gestorben und da gibt es eben auch Szenen im Film, die doch ein bisschen traurig sind, wo er sich eben daran erinnert, wie das war, als seine Mutter noch am Leben war und schließlich hat er ja auch den in Anführungszeichen bösen Stiefvater und die bösen Stiefbrüder, also die gibt es schon, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie zu viel wäre, also das funktioniert alles sehr, sehr gut. Ich war sehr gut unterhalten, es war kurzweilig und ich fasse quasi schon zusammen, es war kurzweilig und ich hatte viel Freude dran, also wenn man Musicals mag, dann ist das genau das Richtige für so einen schönen, verregten Sonntag. Das kann ich absolut unterschreiben, es ist und bleibt ein Märchen, das muss einem Bewusstsein, es gibt eine Erzähler und alles und es ist halt Disney, das heißt, wie du schon gerade sehr gut ausgeführt hast, es ist halt alles sehr bunt, sehr fröhlich, auch wenn es natürlich die typischen Set-Stories gibt, aber mit dem kann man absolut nichts falsch machen, der läuft auf Disney Plus, wenn man Disney Plus hat, dann kann man da auf jeden Fall mal reinschauen, hat dann die zwei Stunden, die da läuft, eine absolut gute Zeit und es geht einem danach einfach ein bisschen besser, weil das einfach alles sehr schön ist. Ja, wunderbar. Sehr gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich für deinen Einblick in diesen Film. Sehr gerne. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Definition des Stockholms-Syndroms von Studifix.de Das Stockholms-Syndrom beschreibt das psychologische Phänomen, bei welchem das Opfer während einer Geiselnahme, Entführung oder Kidnapping Sympathie gegenüber ihrem Täter entwickelt. Also im Prinzip genau das, was gerade in der Schotzausgabe passiert oder glaubt ihr wirklich, dass Theresia mit Kathi moderieren wollte. Aber gut, kein Wort über Interna, dafür ein paar Worte zur neuen Netflix-Serie Clark von Regisseur Jonas Ackerlund, dem Macher von Filmen wie Spun, Lords of Chaos oder dem Netflix-Mox Polar. Clark handelt von Clark, genauer gesagt Clark Olofsson. Dieser schwedische Kriminelle ist in seiner Arbeit vielleicht genauso ein Mythos und eine Legende wie Al Capone oder John Dillinger in den USA. Es war Clark, der den Begriff des Stockholm-Syndroms prägte und natürlich behandelt die sechsteilige Serie auch diese Facette seines nicht sondern nicht Ruhm, aber dafür sehr abwechslungsreichen Lebens. Wer die Serie, die seit dem 6. Mai beim großen Roten End zu sehen ist, startet und glaubt, das Stockholm-Syndrom würde der Fokuspunkt sein, der oder die dürfte vielleicht ein wenig enttäuscht werden. Ackerlund und sein Team nehmen sich viel Zeit für die kriminellen, sexuellen, sowie durchaus auch politischen Eskapaden, in denen Clark verstrickt war. Das wird alles rasant mit großem Stilwillen umgesetzt und ist selten wirklich daran interessiert, die Historie akkurat abzubilden. Aus diesem Grund vertraut die Serie auch auf einen subjektiven Erzähler, natürlich Clark selbst. Ein narratives Mittel, mit dem Ackerlund immer wieder spielt. War Clark, wie er selbst behauptet, immer so kühn, cool und clever oder hatte er einfach nur Glück und die Polizei agierte gar nicht so passiv und dämlich? Auf diese und viele andere Fragen wird man hier wahrscheinlich keine wirklichen Antworten finden. Nach wahren Begebenheiten und vielen Lügen heißt es zu Beginn. Zumindest hier ist die Netflix-Produktion hochgradig ehrlich zu ihrer Kundschaft. Wer sich darüber echauffieren möchte, der oder die mag das gerne tun, versteht dann aber wohl nicht, welche Ambitionen die Serienmacher verfolgen. Es geht hier nicht darum, eine Biografie akkurat abzubilden. Mehr geht es darum, wie wir, also das Publikum selbst, von der Anziehungskraft des schwedischen Gangsters vereinnahmt werden. Dass das so gut gelingt, liegt natürlich an Hauptdarsteller Bill Skarsgat, der hier klar und deutlich das größte Heiland ist. Würde Clark ein Fazit zur Serie Clark fällen, es würde sich vielleicht so anhören. Es ist die beste Netflix-Serie, die es gibt. Ein Urteil, was nicht stimmt. Aber es wäre auch eine Lüge, wenn man behaupten würde, dass Clark nicht rasant, nicht verspielt, nicht unterhaltsam und nicht durchaus den Mut besitzt, auch mal etwas mehr zu übertreiben, als nötig ist. Meine ehrliche Meinung zur Serie hat mir gefallen. Danke fürs Zuhören und bleib stark, Theresia. Bleib stark. So und als zwei kleine Bonus-Schmangel gibt es noch weitere Heimkino-Starts. Und zwar hat einmal der liebe Sven auf Netflix Ein Mordsteam ermittelt wieder gesehen, eine Action-Komödie über zwei ungleiche Cops und außerdem hat der liebe Kenny ebenfalls auf Netflix Three Mile Island gesehen, eine Dokuserie über den Reaktorunfall im Kernweg Three Mile Island in Pennsylvania. Viel Spaß damit. Hallo und herzlich Willkommen zur Besprechung des Netflix-Films Ein Mordsteam ermittelt wieder. Ich bin der Sven und nein, diesmal gibt es keine Frösche oder irgendwelche pleitegegangenen Städte, sondern endlich wieder Testosteron, Knarren, Verfolgungsjagden, Schießereien, piu piu piu. Gott sei Dank. Ja, Ein Mordsteam ermittelt wieder. Sie sind wieder da. Ousmane und François, die beiden französischen Bodycops. Auch wieder unter der Regie von Louis Leterrier. Ich sag's euch gleich, meine französische Aussprache ist nichts unter Knaller. Also, wenn euch die Fußnägel nach oben rollen, es tut mir leid. Worum geht's? Ja, auch diesmal müssen sich die beiden Chaos-Cops wieder zusammenraufen, um dem organisierten Verbrechen das Handwerk zu legen. Doch dieses Mal gehen die Verbindungen bis zu einem rechtspopulistischen Politiker. Okay, irgendwie, hm, weiß ich nicht, ich kenn das irgendwoher. Könnte das ein Vermerk auf die Wahlen sein? Auf gewisse PolitikerInnen? Zwinker, Zwinker. Ja, da es Fortsetzungen meist etwas schwerer haben als ihre Vorgänger und ich mochte den ersten Teil wirklich, der hat mir Spaß gemacht, war ich natürlich sehr gespannt, als ich herausfand, es kommt ein zweiter Teil. Es liegen ja immerhin zwischen zehn Jahren, zwischen dem ersten und zweiten Teil und manchmal tut der, das der ganzen Sache vielleicht nicht so gut, so lange Pause zwischendrin zu haben. Naja, mir ging es so ein bisschen bei Bad Boys, da dachte ich, naja, ist ein bisschen arg spät, aber, ja, ist das hier genauso? Nein, keine Bange. Die Chemie der beiden Hauptdarsteller, die auch nicht gewechselt haben, passt immer noch sehr gut. die Frotzelein, die Kappelein untereinander machen jede Menge Spaß, die Action passt, es gibt eine wirklich richtig coole Verfolgungsjagd im Mario Kart Stil, die mir unheimlich viel Spaß gemacht hat, aber, was der Film auch hat, er hat viele sozial-kritische Seitenhiebe, also jeder kriegt sein Fett weg, mal mit der groben Kelle und mal mit leiseren Tönen, aber das hat mir auch nochmal deutlich mehr Fun gebracht und Spaß gemacht und, ja, es hat auch jede Menge gute Laune verbreitet und das ist das, was der Film einfach gut transportiert. Also, wer mal zwei Stunden lang von dem ganzen Mist, der zur Zeit passiert, einfach abschalten will und will eine gute Zeit haben und Marc, das Mordsteam, Marc Omasi, der macht hier absolut nichts falsch. Zwei Stunden, gute Unterhaltung, gute Laune, ja, ich werde ihn mir auch nochmal ansehen, ich wünsche euch viel Spaß, ich bin wieder raus und zurück ins Studio. Einen traumhaft wunderschönen guten Tag, hier ist Kenny, euer Strahlenschutzbeauftragter vom Tele-Stammtisch und ich nehme euch jetzt gleich mit auf eine Reise in einen Kernreaktor. Also, schmeißt eure Geigerzähler an, zieht euch eure radioaktive Schutzkleidung an und dann geht's auch schon los. Ja, letzte Woche lief bei Netflix die neue Doku Kernschmelze der Unfall von Three Mile Island an, die habe ich mir reingezogen und möchte euch jetzt berichten, wie die so ist und was euch da erwartet. In dieser Doku geht es um einen Unfall im Kernreaktor von Three Mile Island. Dieser Name kommt daher, da sich dieses Kernkraftwerk auf einer drei Meilen langen Insel im Fluss, jetzt kommt's, starker Name, Sasquishina, ne, Sasquina, Sasquihanna, ich hab keine Ahnung, Sasquihanna River in der Nähe von Harrisburg, Pennsylvania. Dort befindet sich dieses Kraftwerk und da ist das passiert und zwar am 28.03.1979, also in den späten 70ern, noch acht Jahre vor Chernobyl. Ja, und was ist da passiert? Es gab zu einem Vorfall, wohin es zu einer partiellen Kernschmelze kam, allerdings ohne eine große Explosion ohne Feuer, sondern es kam halt zu einer partiellen Kernschmelze, das heißt, der Reaktor selbst war noch stabil, also hat noch funktioniert, die ganze Umwandlung, aber im Kern sind diese berühmten Stäbe zusammengeschmolzen und haben sich zerstört. Dabei kam es zu einem Strahlungsaustritt, der die Umgebung quasi teilweise verseucht hat. Man weiß bis heute leider nicht, wie hoch diese Werte waren, man hatte zu dem Zeitpunkt noch keine Erfahrung damit. ist halt ein paar Jahre her, da war die Technik noch nicht so weit. Auf jeden Fall wird in dieser Doku quasi aufgestellt und dargestellt, was da passiert ist, wie es dazu kam und was die Folgen waren. Das Ganze wurde aufgebaut in vier Folgen, jeweils 45 Minuten, das heißt, man hat das Ganze innerhalb von drei Stunden durchgebingt. Typischer in Netflix Manier, sag ich mal, wie bei vielen anderen Dokus. Man hat nachgestellte Aufnahmen, die gut getroffen sind, muss ich sagen, die spiegeln die Zeit sehr gut wieder. Man hat Interviewaufnahmen von Betroffenen, von Zeitzeugen, das heißt, Menschen, die dort gewohnt haben, Mitarbeiter vom Kraftwerk. Dann gibt es natürlich noch Mitschnitte aus den Fernsehaufnahmen von damals, das heißt, Aufnahmen von Pressekonferenzen, von Nachrichtensendern und so weiter und so weiter. Und das wird alles schön zusammengemischt zu einer sehr gut dargestellten Doku, wie ich finde, die sehr gut funktioniert. Die vier Folgen sind, sag ich mal, in verschiedene Kapitel aufgebaut. Das heißt, in der ersten Folge geht es zum Beispiel jetzt erstmal um den Unfall per se selbst, was ist da passiert, wie kam es dazu, so ein bisschen Vorgeplänkel. Dann Folge Nummer zwei, quasi die Folgeschäden davon, was wurde gemacht, was haben die Kraftwerksbetreiber gemacht, was hat die Politik gemacht, wie ging es mit den Bewohnern weiter, wurden die evakuiert oder mussten die andere Sachen machen. In der dritten Folge wird es dann sehr, sehr, sehr politisch, das heißt, da kriegt man damit, dass da ein bisschen Korruption geherrscht hat, es gab dann ein paar Ungereinheiten und es geht um einen Mitarbeiter, der in dem Kraftwerk gearbeitet hat und unzufrieden war mit den Betreibern dort, wie die das Ganze quasi im Nachhinein abgearbeitet haben und der ist dann an die Presse gegangen und wurde dann quasi zum Whistleblower. Dieser gute Mann heißt Rick Parks, der spielt auch eine sehr wichtige Rolle in dieser Doku, denn der lebt quasi dort immer noch in der Nähe, hat sich viel dafür eingesetzt, dass dieses Atomkraftwerk abgestellt wird und dass auch andere Sachen passiert und da hat auch persönliche Opfer getragen und da gibt es auch Stellen, wo man denkt so, das ist ein Spionagefilm, oder? Also da geht es wirklich darum, dass der Dokumente hatte, die wichtig waren und man hat versucht, die ihm zu klauen. Also da war man ein paar Stunden nicht zu Hause, kommt nach Hause, plötzlich war die Wohnung aufgebrochen, alles war durchwühlt, man hat versucht, seine Dokumente zu stehlen, die er zum Glück bei sich hatte. Also das ist ganz schön krass und weiter im Text, die vierte Folge ist dann quasi so die Nachwirkung nach 40 Jahren, wie geht es den Leuten heute, die damals dort gelebt haben, die dort gearbeitet haben, was hat die Politik gemacht, gibt es das Kraftwerk noch, natürlich dann mit Anspielungen auf Tschernobyl, Fukushima und so weiter, das wird alles noch am Ende ein bisschen mit rein gebaut und zum Ende wird es auch noch sehr emotional, da wird auch noch ein paar persönliche Schicksale mit reingemacht, mit viel dramatischer Musik und ja, Geschmackssache. Ja, das Ganze, wie gesagt, bei Netflix jetzt schon verfügbar, drei Stunden kann man sich reinziehen, Regisseur ist Keith Davidson, der hat schon viele andere Dokus gemacht, der weiß also was er macht, der ist sogar schon Oscar nominiert, also nicht prämiert, sondern nominiert, ist also ein guter Händen, merkt man auch, die Doku hat kein Anfänger gemacht, es funktioniert. Und damit würde ich sagen, gehen wir aus dem Kraftwerk wieder raus, machen wir den Geiger Zähler wieder aus und ziehen uns diese dreckigen Schnutzklamperten aus. In diesem Sinne Leute, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis dann. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.